wurden die genervt oder was was ist das denn also normalerweise werden schon alle platten längst weg ich muss ehrlich sagen also meine meinung hat sich tatsächlich schon etwas geändert nicht in bezug auf das auf trupp jagen oder sowas und im bezug darauf wie man das macht natürlich kann man trupps jagen ich bin er ja voll für aber man sollte jetzt nicht unbedingt mit 6 ja moin gar nicht mit gerechnet jetzt mal gucken ob er mich aufnimmt er ist auch solo hey mate im solo oh thank you ich bin wieder dabei ich bin wieder dabei ich bin wieder dabei was ist hier los was ist hier los meine herren erste runde ich habe mir jetzt gerade richtig in die hauptsache herzinfarkt also ich möchte als hätte ich jetzt was weiß ich wie lange nicht gespielt ich habe wirklich die letzten runden nur beutegeld gespielt nur beutegeld na also was schlumpf der hat mir alle platten mitgenommen na egal aber jetzt mal ganz ehrlich wir hatten von euch jetzt schon die letzten tage mal gezockt die bots die wurden doch gehört oder will mir sagen was ihr wollt also wenn ich sonst hier mal lang laufe dann sind sofort alle platten weg direkt ohne wenn und aber genau selbst wenn ich hier hoch laufe ich darf das nicht zu laut aussprechen ich merke schon ne ok ich hab jetzt ja boi ganzen roten laser da was ist denn da los ok also das thema gehört was ist das denn da ist ja mal ein bisschen übertrieben ne kriegen jetzt auch mal eine laufe im text ab alle man da ein bisschen zu weit damit habe ich alle fast alle guck mal bei mir vom kuchen was abgeben möchte ja er steht schon er steht von er steht von am safe du hast aber der drei plattenweste und ich nicht also ich würde sagen das wäre schon ganz fair wenn ich als erstes reinschauen oder es zuerst da er ist zuerst schon mal großen rucksack kommt ist da was ja guck mal sehr schön sehr sehr schön ich glaube einfach mal hinterher das wollte ich gar nicht natürlich spielt ohne mikrofon also wie kann man denn fall of duty ohne mic spielen das ist sowieso so ein rätsel ich finde mit gehört dazu selbst wenn man mehr spieler motos spielt ich finde das immer lustig was die leute auch immer so sagen kann man auch immer gut provozieren wenn man spaß haben möchte wer schießt da auf mich ja ich weiß woher himmel ich weiß woher himmel das ist ein fuchs was ein fuchs aha da sind sie also mal gucken ob die hier schon am raum waren okay ich muss auf jeden fall durch das magazin reinpacken einer ist da und also noch kommt schon mal schnell die beste weil ich ja bitte 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 jesus ist mit mir dann gehen wir mal hier hoch das waren die semtex von denen ich sehe schon die sniper immer mal hier hoch sicher mehr die signal die ist schon gut er ist ja brutal hier break einer ist finnisch der gefällt mir der gefällt mir richtig das macht ja richtig spaß was hier los warum macht das so einen spaß das ist eine gestorben hier wenn wir erstmal alles mit aber da fehlen auf jeden fall welche aber eine leiche liegt nicht mehr hier ok gruppe jagen möchte der auch der möchte es richtig wissen der typ da hinten sind gegner sanifeste das nämlich mit herrlich herrlich was sind das denn für runden ihr junge 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 sehr schön ganz sympathischer typ was war das denn jetzt ich stehe wieder los nächster da ich mach das gerade mit dem random hier zu zweit kannst du keinem sagen sein die wisse klärt hey brutale runde ist das geil ich überlasse ihm das jetzt ob er die leute da aufnehmen möchte oder nicht mir ist das ehrlich gesagt egal und da diese sowieso ich weiß gar nicht wer jetzt angefangen hat zu schießen ist ja an sich auch wurscht das ist ey ich bin ich bin ich muss ja ehrlich sagen ne ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll weiß man spielt mit leuten die haben mikrofon man ist zu dritt und das geht irgendwie alles so nach hinten los trotz kommunikation und kann sogar sein dass die kommunikation teilweise so viel ist dass man dinge einfach überhört ich spreche mit ihm kein wort und trotzdem weiß ich was abgeht und er weiß es auch geil so muss das sein so trupp jagen will er machen und da oben da wo er jetzt gerade guckt da habe ich auch voice chat gehört vorhin noch als wir hingefahren sind bin ich mal gespannt einen wunderschönen ja alles gut kannst du drin bleiben können uns auch unterhalten das ist gerade richtig gutes game alleine oder was ne also ja alleine aber mich hat einer direkt zu beginn aufgenommen wir sind jetzt zu zweit und wir haben schon sechs leute platt gemacht und der hat keinen mic der hat keinen mic gar nichts das ist geil wenn man nicht so blind versteht der ist also aufklärungsüberflug ah der ist schon mal noch dauernd der siebte ja bei uns mal 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 er hat sich jetzt aufgenommen der nimmt die nicht auf muß er wissen ff 그래도 Ja, er wünscht uns Aids und unserer Familie auch, also sehr schön, den hätte ich definitiv in meinem Team haben wollen, auf jeden Fall, also, sauber. Was will er mit einem Auto, was mit Geiselauftrag? Zumindest für eine Streak, ja hier Alter, dafür, dass du so ein krasser Typ bist. Ich glaube, der hat eine Mission. Marcel, ich bin mal ganz kurz weg, glaube ich. Jo, alles gut. Bis gleich. Boah, kningen wir das hin? Boah, das wird knapp werden. Das wird ganz knapp werden. Hat er schon gerufen? Warum kann ich ihn nicht rufen? Geht nicht. Evakuierung aus dem Gebiet nicht möglich. Begib dich zu einem anderen Evakuierungspunkt. We have to buy, Exfil. Warum, warum, hä? Oder macht er jetzt Geiselauftrag? Hallo, Mr. Seager. Ganz kurios jetzt gerade hier. Doch, da kommt der Exfil. Habe ich gar nicht gesehen. Ganz chillig, ganz entspannt. Ja, der Typ, der hat leider gelitten. Der hätte jetzt natürlich eine Anfahrt sein können. Ich hätte ihn definitiv aufgenommen. Äh. Say what? Der hat ja eine GPU dabei. Eigentlich müsste ich jetzt im Shop rennen noch. Ja, gut, ich lasse die Sunnyweste drinne. War das eine geile Runde? Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Gar nicht. Absolut nicht. Überhaupt nicht mit dieser Runde gerechnet. Ich bin wirklich mit dem Gefühl reingegangen. Vielleicht holt mich ein 6er Platoon weg und es ist alles wieder vorbei. Ey, und die GPU. Eigentlich hätte ich jetzt noch Team Shop fahren müssen. Da hätten wir den persönlichen Exfil holen müssen. Aber ja, gut. Wie viele Operator waren das? Vier. Ja. Ja.